Am Nordseestrand der belgischen Stadt Ostende mahnen Schilder die Spaziergänger zur Ruhe. Denn hier sind immer wieder Kegelrobben unterwegs. Als die Touristen während der Corona-Lockdowns ausblieben, entdeckten die Tiere den Strand für sich. Und blieben. Ein Team von Helfern sorgt dafür, dass es zu keinen Konflikten zwischen Menschen und Robben kommt. Wenn sie an den Strand kommen, dann um die Menschen zu gehen. Man muss sie dann in Ruhe lassen. Sie sind nämlich sehr schnell gestresst. Wenn man sich ihnen nähert und sie ins Meer robben müssen, dann können sie ertrinken. Sie ertrinken, wenn sie am Ende ihrer Kräfte sind. Außerdem sind sie Wildtiere, sie können auch angreifen. Besonders problematisch sind Begegnungen mit Hunden. In Ostende haben Hunde bereits mehrere Robben gebissen und mehrere Robben Hunde. In dieser Einrichtung werden verletzte und hilflose Tiere gepflegt. Die Spaziergänger am Strand gewöhnen sich immer mehr an die Robben. Früher sind sie einfach an ihnen vorbeigelaufen. Jetzt melden sie uns viele Robben. Die Zahl solcher Meldungen steigt immer weiter. Wir müssen dann öfter eingreifen, obwohl die Tiere mit einer kleineren Wunde ohne Probleme in der Wildnis überleben können. Aber es gibt auch Robben mit größeren Verletzungen. Die größeren Wunden stammen meistens von Fischernetzen, in denen sich die Tiere verfangen. Inzwischen hat die Regierung in Brüssel besonders gefährliche Netze verboten. Daraufhin hat sich die Zahl der toten Tiere halbiert. Die größeren Wunden sind die Tiere halbiert.